Einfach bevor du rumbautst, der hat uns beide getönt, in Warte ich steig getönt, in Warte ich steig so Foto! Ich wusste schon warum ich aussteig Weil dann der Wand ist alter Ja der hat das Ding wirklich ausgestiegen, der war der Mann Achtung, da ist ein Typ im Geschütz drin Jetzt Fotosautos sind in die Luft gesprungen Yo, ich hab den hier auch noch gekillt, jetzt geh ich ab, ich bin nur der, übel ist der Killstreak Ich lasse mal das Auto vorbeifahren Yo, Achtung, hinter hier Achtung, hinter hier Achtung, hinter hier What, was, was, was Ja, der hättest du auch noch ein bisschen früher erhöhten können, oder? Ich hab das Auto geschaut, ob sie mich sehen oder nicht, Junge Schau dazu, wie der Keklauch kriegt, ich rette mich töten, man gibt sie da nachher schon Ja, ich hab kein Defi dabei Komm schon, wir müssen es jetzt noch endlich schaffen, ey Kann doch nicht sein Ja, ja Wenn ich nicht B3 ein, also B3 nimmst du ein Ja, keine Ahnung, weil wir Lappen sind oder so Ich fahr jetzt nicht Fahrrad, ich fahr den Zivil Truck Weg, 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 weg Weg Jetzt, wir capture X1 No, da ist einer, kommt einer rein Der ist da und, danke Aber der hat mich fast hier gemacht Äh, wir haben B3 erobert Oh, klar Ja, ich weiß Das heißt, die können O2 nicht mehr angreifen und jetzt wird unser ganzes Team wahrscheinlich zu X1 rüber gehen Nein Alter, Alter, ich hab mir das halt abgeballert Ja Okay, ich geb jetzt einfach Gas, weg hier, einfach nur weg hier Boah Ich fahr jetzt Ego Perspektive und geduckt Das heißt, ich seh quasi nichts, aber ich fahr trotzdem Ja, Hitcher gewartet So Team Also ich komm jetzt X1 mit nem zivilen Truck Habt ihr eigentlich Webcams? Äh, ja Ne Ich würd echt mal mit Facecam das Spiel Ne, ich glaub das ist ja ziemlich abgefuckt Ja Ja Schlimmer ist das Gespräch, kann es eh eh nicht werden Oh, komm schon Oh, komm schon X1, komm schon Ich komm schon Oh, komm schon Oh, komm schon Ich bin bei X1 Ich bin bei X1 Dann Capture Aber da ist einer drin und ich bin tot Ja, da war eben auch einer drin Ja, da war eben auch einer drin Was hab ich noch? Kann ich gut schaden gemacht, aber er hat überlebt Das ist doch scheiße Was hab ich eigentlich für die KD? Ich bin positiv, ich hab eine C8 Ich hab's neun, sieben Mann Alter Und ich hab mehr Punkte wie du Nein, hast du nicht Ich bin nämlich Fünfter Was? Oh Scheiße Markus, wie viele bist du? Ich bin einmal der Beste von uns Ich bin letzter Gut Ich bin Fünfter Du bist die Fünfte vielleicht Ich fahr mal wieder mit meinem zivilen Truck Mit dem macht's Spaß zu fahren Da hinten ist er noch so du Da sind drei Stück da hinten Oh Ich fahr ich mal links Ja, mit meinem zivilen Truck Das ist quasi ein rollender Panzer Ihr wisst das nur noch nicht Aber die Dinger zu wollen Wo bist du? Du bist mit Mit was? Äh, links da Wegen? Ich kann du Ich hab auch hier Bis auch gleich dauernd Der Bomber wollte mich töten Gut, weil ich hab Gut, weil ich wollte dich ab Aber er bringt nichts davon Ist alles voll mit Da ist ein Fahrzeug neben dir Tutor rechts Tutor rechts Tutor rechts Einsteigen, einsteigen, einsteigen Rechts Ich gucke aber auf die Ladefläche Oder auch nicht Dukt nicht, dukt nicht Dukt nicht Das ist ein Fahrzeug hinter mir Sven, was macht es euch Autofahrt nicht ducken? Ja, du kannst dir das Autofahrt nicht ducken? Ja, ich steig Ja, ich steig Und das Fahrzeug war zerschossen Ich bin schon längst raus Ich fahr weiter Ich fahr weiter Und jetzt streich ich aus Und ich bin bei X1 Wo bist du? Ich bin tot Du wurde gehadgett Von der Brücke Ohne Scheiß Jetzt Ich hab erstmal zwei weg gemacht So Ja, ich hab ja auch eine Ablenkung gespielt Vielleicht bin ich übrigens Level 3 Boah, dieser Top 10 Du brauchst gar nix sagen Du bist so ein Mooser, ey Ohne Scheiß Der Duo Warum? Du bist nicht, weil ich hab 10 Alter Der macht das auch nicht Der macht das ist auch scheiße Ich hab Auto Ich hab Auto Und ich hab Fahrrad Und hinter euch kommt ein Lkw Umdrehen Yo, 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 der schießt mich ab Oh Dann schießt ihn weg Da, der Schütze ist tot Nur noch der Fahrer Der Fahrer ist auch tot Jetzt Hey, mal weg auch Komm, wir über den den Lkw, Markus Ich hecke Was? Vollerschutz Warum? 25 25 Sekunden bekommen Genau, ihr fahrt mit dem Fahrzeug oder hinten einer Wo? Ja, dann hol ihn weg, bevor er mich kürtet Maschinstole, ne? Gegen Gewehr Wie kann ich auf den Gang, äh, c, 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 c Okay, Markus, los, 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 los Äh, warte, warte, warte Nein, ich will fahren hier Nein, ich fahr' Ja, ich will bei meinen Fahrten Der soll jetzt einsteigen, der Ablass, ja, dann halt nicht Gehen Deckung und ich gebärzt War mir ja jetzt zu dummäh Ich hab' den verbündeten Soldaten verletzt Das war nicht gut Profihaft war das Jungs, hier sterbt grad irgendwie alle Der Markus ist tot Ich lebe doch Und ich steh' wieder, das ist jetzt ganz schlechtes Karma Nein Gehen wir lieber hier, denke ich, dass ich bei dir mitfahrt Nein Darf ich, du brauchst die Schütze Und ich treff' was War nicht mal Oh Was war das? Das Headset war leer Leer? Ja, das war Wack, das ist ein Headset Oh Wir machen jetzt die einen auf Raupon Da rechts Ganz viel Fries Ja, ich schieß doch schon Ich bin tot, alter Überfahr sie doch einfach bevor du rummordst Ja, du hast beide getötet Ich hab' 3 Stein getötet 4 Warum nicht gleich so, Futur Oh, scheiße Das überfährt ihr einfach alle Und was soll ich einfach rum wie nicht schieß Hahahaha Hahahaha Ihr Noobs Ja, jetzt bin ich tot Warum nicht gleich so? Hahahaha Hey, ist doch scheiß Fahrers, gell? Das haben wir auch manchmal eine gute Seite, ne? Hüpft einfach über die Bankleiter und überfährt vier Leute Hahahaha Und die Gegner töten sich jetzt schon gegenseitig Vollauter Schiss Hahahaha 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 Was heißt Warn auf Englisch? Was? Was heißt Warn auf Englisch? Was heißt Warn auf Englisch? Was heißt Warn auf Englisch? Yes, I... I know it Oh, ich wurde abgeschossen, Markus, das ist kein gutes Zeichen Ich steige ab Und ich übernehme dieses Zivilfahrzeug Hahahaha Hahahaha Frald dein lecker was! Farte, warte, warte, Markus gehen Sven! Er ist leckt bei mir übelst, Alter Schon wieder? Ach, Nö Ah da kommt ihr her Nein stopp, stopp Jetzt kannst du fahren Er ist nur, oder? Ich werde abgeschossen, des Warte, hin, die Sonnähte Oh, ich seh'n, ich seh'n, ich seh', ich seh'n Ich komm, wer hol' den los Hahahaha Mit dem Lamp! fliegt war machen wir gar nicht schokoladen also wo ist er da da bau blick der wo lecker direkt da wo ich jetzt ja ich sehen ich habe ihn gespottet abgeschossen hast du ihn nein hat ihn nur angeschossen angeschossen habe ich gesagt jetzt habe ich ihn gekillt ich habe ihn noch verletzt ich habe die zwei mal verletzt aber droht wieder da drüben steht der nächste wo wir euch alter damit auch gekillt der mkw da drüben steht der nächste da wird auch gekillt alter wie ich jetzt abgeben was hast du was hast du 3er killstreak ich habe 15 9 ich habe 13 10 das ist nur der ganze 3er killstreak ich bin übel happy und ich treffe dem gewehr als halt die fresse ab wieder ein meiner da da liegt doch immer doch einer hier direkt was machst du eigentlich hier so willst auch mitspielen der tod gestorben hinter uns hinter uns rechts oben rechts da hat mich rechts wenn rechts rechts ich habe nach hinten geguckt rechts links gucken nach links links rechts ja 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 ich sehe ich sehe aber er lebt doch ich habe hgw angriff stufe 3 bekommen gerade das abzeichen wieder getroffen ich bin aber gestört ich will ich es ist nein das verloren scheiße ich habe ich schon wieder geht jetzt bin ich tot aber ich habe eine 4er killstreak gemacht und wir haben x1 kommt schon her ist wohl wir kommt schon reiter jetzt wenn kommen kommen ich brauchen dann ja ja ich bin in der hütte da drüben ich komme im fahrrad zu dir gerold laufstil schneller ja okay dann lauf ich jetzt hüpfig oder ich kann ich endlich habe keine ausdauerwehr gogo gogo go doch ganz leise ist neu was du hole ich so kann schon jetzt x1 holt wie kann es sein dass beide teams gleichzeitig x1 capture jetzt kämpfen wir es gut ist einfach zu viele sind wir müssen es doch jetzt mal langsam haben das kann doch nicht sein wir haben ja nicht mehr viel zeit das ist problem ja wir kriegen wieder zeit dazu wenn wir x1 haben raus 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 und go go ach du hast die bombe drin das sind minen von uns ein feindlicher gewägt weg wie ich die explizite da kommen wir catchen und wir haben x1 120 sekunden jetzt mal wir haben so ein dicken da gut und jetzt habe ich hier die kris gar auch noch dabei kommen rein schnell warte leute drüben hinter dem berg kommt gegner ja raus rein rein wir gehen zu o2 jetzt jetzt hier einsteigen alter jetzt war los ja muss erst einsteigen mensch ich bin drin nicht nein das ist nicht gewollt hat doch mal steht in alter elektrische hart ich hatte jetzt nichts drücken jetzt gleich verreckt nur weil wir hier stehen bleiben nein nicht wegen micos markus ist toll soll ich mal rückwärter jetzt war natürlich leistig über die kreise reinfahren das hätte echt steil aber nicht gegen die wand fahrt jetzt ach du ach du ach du ach du ach du ach du ja ich steige aus johle verbrechen den kann ich nicht treffen der hock da oben im zug der steigen ich habe ihn habe ihn auch er hat 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 was da ich habe aber noch gehört schadet das ist schön der war das weg dem autobus was hast du jetzt für komische probleme alter 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 ich bin schon dabei du bist leute ich bin sechs ich bin voll zufrieden und dazu habe ich auch noch sehr zwei positive kd zwei positive kommen leute da war schon wieder eine scheiße ort und deshalb nicht betont die färder und da fährt er auch noch mit dem scheiß zivil mehr weg 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 mal was ich merke keiner warte gut wie eine vorliegen das gerade und es hat gelegt alter ich hab nur gesagt gewinnt ja ist sie hat gelegt wieder war das egal dass er weg geht es soll er wollte ausprobieren was passiert wenn er da bleibt jetzt habe ich noch mehr hier steht motorrad mit zwei fahrer sind sind wir weiter und habe nicht fahrt ich kann es nicht jetzt kann ich fahrt jetzt kann ich ja was ich habe 25 prozent gecaptured kannst du ja kommen wir von fahrrad los drauf hier wird gas ja ja vollgasse fahrrad alter weil gas 3 3 als alter was macht beim fahrrad los hier mann waren bei o1 ja kommt wir geht es auch wo ein ich komme hier kann wenn das richtige w hochgefahren markus wir gehen über die schiene drei mal wissen gangster gangster geht über die schiene was jetzt ja da links rein mehr wo ich das wieder drei gegner alter oder vier fahrzeichen vor du fragst was jetzt dass du einfach zu viel muss ja eine das sind das ist doch zwei oder drei dein fahrzeug ist grad dies war ja ich habe ein neues gekauft schon wieder von jemand sterben danke foto warte auf mich warte ja leckst du noch ja ich lebe grad ich komme ja ich für den wagen lege ich hier und werde ich mich hinweg werde aus dem dachbar wagen headshot ich muss den ich komme muss den kam ja nur ist ja ihr wisst schon dass wir kämpfen müssen langsam wird unsere zeit ist gerade running out rechts ist einer ich sehe nur ich sind wir haben übeldiabäder drüben wir müssen noch mal capture aber das wenn noch wieder sachen ja hier was machst du hier als ich sehe euch dahinten und ist die wir können wir tun macht komisches oh ja ihr capture geile scheiße ich glaube ich war fahrrad alter wir einfach hier einfach echt capture raus raus und feuerschutz ja 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 kampf kommt konnte ganz merged mимо weiter sieht ja das ist aber der Anfang ein von der�ühie kommt der reby boat egal woche zeit da die betroffen auf da kommt ein weitergeht aber ich bin ich satisfies hätte ich gehabt ich hab das ich verpackt ich komme ich egal und erkennt ihre hyperspiegel jetzt der Tod Lokomotive GT ich habe die gt er hat mich sogar gehört schon der leute und ich habe auch alle Leiter und was sie jetzt gibt es eine Farbschäden wir haben gewonnen Mensch ja mal ja aber richtig fett geworden eben und ich habe kein Gold bekommen aber ich auch nicht hier ja ich auch also bis zum nächsten Mal hau es rein hauen sie rein wir haben auch ein bis dahin Ciao